Probieren wir mal die Feuerbombe. Voll die Feuerbombe, oder? Schau, zieh mir den hin. Ah, komm, scheiß drauf. Was passiert? Was passiert? Oh, okay. Es ist glaube ich, die Division 2 ist. Weil ich jetzt nicht mehr kann. Oh, okay. Oh, okay. Stop and drop. Sticky grenade, out. Allies capturen Zone B. They're on Zone B. Pull it back. Light them up. Ah, klappt. Ich weiß nicht, wie geil das ist mit dem Anzünden. Hat sich ganz gut gelesen eigentlich, vor allem mit der... ...und der... ...und der... ...und der... ...und der... ...MP7. Der... ...siegt mich da nicht mehr. Oh, okay. Vielleicht... Ich weiß THEY drauf. Alles ist zweit los. Alles ist niedrig. Wer aber ist sicher... für andere. Ich glaube ich... Ich muss hier auswischen, was mir gerne ist. Ich wollte den mal testen. Guck mal, ist das gar nicht so schlecht. Hat der jetzt schon damage gemacht? Ich bin aber auch ein bisschen zu hell, glaube ich, eingestellt. Ich bin normalerweise immer jemand, der das Spiel sehr hell einstellt. Da kommt besser was zu sehen, aber das ist zu echt. Da geht's. so Ja. boah, das ist ja bisher gewesen nein so ich habe mich aber von der Seite weggebracht es ist es 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 ich will es eigentlich gerne mal probieren vielleicht verliert ich meine Welt komplett war ein bisschen los vielleicht aber ich würde es gerne probieren es es war keine gute Runde vor mir es k es 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 wie